Südkorea-Interview mit Maik Häfele vom FCWA. Maik, das Spiel in Walzut ist zu Ende, 2 zu 2 im Punkt geholt. Aber in der 88-Minute liegen dann noch 2 zu 1 hinten. Trotzdem hat wahrscheinlich keiner mehr einen Pfifferling auf euch gegeben, weil die Walzut auch Chancen ohne Ende hatten. Wir haben das auf dem Platz erlebt. Wie hätte man sich da pushen können, dass man das Tor noch macht? Ja, es war schwierig auf diesem kleinen Platz natürlich. Die sind zweimal in Führung gegangen. Da haben wir zum Schluss glücklich noch das 2 zu 2 gemacht. Und ja, wir wollten immer noch das 2 zu 2 machen, damit wir sie auf Abstand halten können mit dem Punkt. Da haben wir es geschafft. Und ja, jetzt haben wir wieder 9 Punkte. Aber wie gesagt, es war schon ein schweres Spiel. Also für euch war es sehr schwer, da überhaupt zum Zug zu kommen. Relativ wenig Torchancen, also wenig Abschlüsse. Das 1 zu 0 war ja auch nicht gerade eine Torchancen, wenn du das Ding machst. Das ist riesig Meter, glaube ich. Hast du das da gesehen, dass da eine Möglichkeit besteht? Die Walzut war lang. Und dann habe ich den Wind am Ort gegangen, gegen Wind. Und dann ist einem ein drauf der Rücken. Und ich habe im Augewinkel gesehen, dass der Torwart viel zu Dussel war. Und dann habe ich halt einfach abgedruckt. Das heißt, ohne Wind wäre er drüber gegangen? Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht. Okay. Aber ich denke, solche Spiele brauchst du mir dann auch mal, dass man einfach mal einen Duselpunkt holt, oder? Mit Sicherheit. Ja, das gibt es immer mal. Und gegen Tiegen waren wir so stark und jetzt wieder. Ja. Aber es war auch schwierig heute. Meins war, glaube ich, vom Personal her ziemlich knapp. Ich habe nur zwei Ersatzspieler gehabt. Ja. Ist das auch etwas, was die Mannschaft belastet dann? Oder sagt ihr, nein, jetzt hast du recht? Nein, das belastet uns gar nicht mehr. Die, die drüben sitzen, sind genau gleich stark wie die, die kicken, und können 1 zu 1 ersetzen. Okay. Jetzt sind wir im Mittelfeld von der Tabelle vor der Runde. Jeder hat gesagt, wer ist ein Geheimtipp. Wie sieht man es als Spieler? Man hat ja einen super Start gehabt am Anfang von der Runde, oder? Und ja, guckt man jetzt eher nach hinten, oder? Sagt man, nein, komm, die Runde ist noch lang. Es sind noch ein paar Spiele, wir können sie noch mal vorne mitmischen, weil es ist ja alles eng miteinander. Ja, jetzt in den letzten drei Wochen haben wir schon besprochen, dass wir jetzt erstmal von hinten wegkommen und dann die Liga ist so eng. Mal schauen, wie es nach oben geht. Und unser Ziel ist immer noch, 4 oder 5 da zu werden. Was auch noch möglich ist, also rein von den Punkten her. Okay. Kommen wir nochmal zu dir persönlich. Du bist ja eigentlich ein Hasler. Ja, du bist ein Hasler, aber in Vera Urgestein, 8 Jahre in der Mannschaft dabei. Wie fühlst du dich wohl? Bleibt das so vorläufig, oder? Mit Sicherheit, ja. Ich bleibe im FCW sicher auch noch 2, 3 Jahre erhalten. Es macht mir Spaß hier, die Jungs. Wir gehen zu oben, wenn man ein Spiel keinem Weg zusammen. Und das ist einfach top, ja. Also passt alles beim FCW. Vorstandschaft, alles super. Also da gibt es nichts, worum es ein Grund gibt. Aber du bist ja ein Hasler Bub und SV Hasel. Können die sich Hoffnung machen, dass du eines Tages mal wieder in der Erdmannshöhle gehst? Ja, vielleicht irgendwann mal wieder. Mal schauen, wo der Weg noch hinführt. Aber... Also die Kontakte sind aber schon auch noch da, oder? Ja, ich gehe auch am Sonntag dann zuhören, der Hasler. Und das sind ja meine Kollegen. Ja. Okay, Mike, dann wünschen wir dir noch eine erfolgreichere Rückrunde und alles Güte. Dankeschön. Danke. Danke. Danke.